Bitte zu meinen weiteren Parts zu Clash Royale. Heute öffnen wir eine Gratistruhe, eine Silberstruhe und eine legendäre Truhe. Ja, hier machen wir noch ein bisschen. Spinnen hier noch ein bisschen. Ja, und dann hier noch die Goblin-Gang. Sechsmal. Hier nochmal. Zweimal. Dann noch hier mal ein bisschen. So, okay. Jetzt eine Gratistruhe. 82 Gold, einmal der Eiskohle und zehnmal die Sperrkobolde. Jetzt eine Diesel-Battruhe. 58 Gold, einmal der Magier und zehnmal die Goblin-Gang. So. Jetzt das. Dafür müssen wir jetzt fünf Euro hochladen. Und schon ein G. Gekampft. Gekampft. Okay. Und let's go. Ja! Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Den entfernt, Drache. Das war's. Es war's mit dem kleinen Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ciao. Video. Ja. Nee. dle. Vielen Dank.